Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der andere Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das ist Magen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, mein Gott, ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verjogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die USS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederkräftiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Gestalt Feiglinge! Verreicher und Versager! Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch!